Über die Brücke, los! Vorsicht! Sie kommen euch nicht nach, Fluke! Kontakt! Rotzelt auf den Weg! Ziele über Bruder! Da ist einer ungedeckt! Feind ausgeschaltet! Habt noch einen! Scheiße! Und der Schwerung verschossen! Ja! Da bewegt sich einer! Oh! Vorsicht! Soldaten im Anrollen! Los jetzt! Ah! Ja! Wir sitzen fest, Burke! Wir stehen auf deiner Seite! Sieht's gut, dass du sie umgehen kannst! Alles klar! So! Moment! Moment! Ich komm von hinten! Ich bin hier nicht drin! Lade nach! Nein! 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 Ich kann nicht meine M4A1 weglegen! Ja! Ich kann nicht meine M4A1 weglegen! Ja! 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 Die Antrage ist konto! Ich bin wieder M4A1! Ja! 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 Oh, Glück. Schaut mal bei Ihnen vorbei. Ich lade nach. Alles klar. Was meinst du, von wo sendet er? Ich weiß nicht. Wir hören ihn, seit wir durch die Sturmbahn kamen. Wieso? Wenn wir die Stadt nicht gleich evakuieren, verdursten hier alle. Ich denke, mit seinem Sender könnten wir das bekannt machen. Wir müssen nur herausfinden, von wo er sendet. Triss, Falschkontakt. Triss, über dir. Schnell, wir sind schwer unterbeschossen. Halte durch, ich bin dran. Scheiße. Ah. Das passiert, wenn man nicht nachdenkt. Ähm. So. Nochmal. Ach so, da. So. Triss, Falschkontakt. Wo sind die? Über dir. Schnell, wir sind schwer unterbeschossen. Halte durch, ich bin dran. Nein. 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 Ah, da kann man nicht durchschießen. Ah. Ja. Scheiße. Zu der Zeit, wo ich das gerade aufnehme, ist Beryffekt 4 rausgekommen. Ich muss nicht sagen, das macht einiges Spaß mit dem durch die Rente durchschießen. Ja. Gegner erledigt. Lade nach, haltet sie mir vor gleich. Ich schalte einfach da auf. Nur die Uhr, Marty. Ich würde auf meiner Position bleiben. Sonst wissen die anderen doch gleich, wo du bist. Ich mach sie mal heißer. Was? Das willst du gar nicht. Ja. 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 Hab ihn. Ja. Du warst erwischt. Bring ihn auf die Beine. Geht nicht. Steh unterfallen. Du kannst, Adams. Okay. Ich stelle ihn auf die Füße. Danke, Mann. Ich glaube, das waren alle. Kein Problem. Da kommen noch mehr. Verflucht. Wann hört das endlich auf? Ach, ihr Jungs geht mir richtig ans Herz. Aber es geschieht euch recht, ihr Hunde. Wir werden hier überladen, Volker. Wie wär's mit dem Plan, verdammt? Wir müssen die größte Eltage. Und uns die Seite und schon zu viel. Ich gebe euch netto. Volker! Da geht's nicht rüber. Wir sitzen fest. Das geht schon. Volker, da holt das Kurschiff. Wir schauen uns an. Wo denn? Da rührt sich was. Oh. Oh. Wo gibt's noch was? Da oben. Da. Nein. Das ist noch eine Chance. Los! Die Musik ausmachen. Wie schön das doch ist, immer. Musik-Laut-Stärke. Tut mir leid, allerdings. Oh, scheiße. Wo? Wo? Oh. 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 Da kommt noch einer! Vereinung! Verliebt! Schwerer! Zurück! Vorsicht! Er ist ungedeckt! Feind ausgesaltet! Vorsicht! Ist abgeschlossen! Wir brauchen was, um sie zu sprengen! Vielleicht einen von den RPGs? Das sollte funktionieren! Walker! Gib mir den Feuerschutz! Laden nach! Tür ist offen! Los rein! Die Unverhaltsschutzverbleiben! Geht klar! Hinterhalt! Vorsicht! Wir müssen hier raus! Geht nicht! Tür ist blockiert! Walker! Mach uns nen Ausgang! Schreien die Tür! Wir werfen die Landeköten! Vorwärts! Scheiße! Die sind überall! Mist! Schreien unter Feuer! Achtung! Schraubladen Schütze! Beobachtet den Arsch! Wieder einer weniger! Wo soll ich gucken? Wir haben Bewegung! Vorsicht! Vorsicht! Achter! Hab ihn! Ach komm! Geht hoch! Wir gehen auf Stach! Leck uns! Oh! Was ist denn? Ich bin auf Stach! Ich bin auf Stach! Ich bin auf Stach! Ich bin auf Stach! Und das ist ein Stach! Habt das Schrein! Los, los! Wo denn? Vorsicht, hier sind noch Moditionskissen! Oh, Ziel! Ein Querschläger und wir sind drin! Übermengt sich einer! Nein, schluch auf dem Dach! Erledige ihn! Hab ich! Viel geraden, Ugo! Los! Noch mehr Gegner auf dem Dach! Achtung, Schrotflinte! Schalt sie aus! Was kommt denn, Walker? Ich sag, wer du umziehen! Verdammt! Das ist uns beide angekündigt! Tut mir leid. Ihr könnt! Ich rot rüber! Ich auch! Zurück! Geh aus dem Weg! Walker, mach! Was soll das, Walker? Ich sag doch, geh weg! Ach so! Ist du okay? Ja, ja! Nur keine Sorge! Was ist mit euch? Ja! Gut! Ja! Hört ihr das? Komm von hinter der Tür! Bereit! Los! Los! Die Waffe weg! Wirtsball! Los! Nicht schießen! Ich ergebe mich! Was ist hier los? Da will einer nicht mehr Soldat spielen! Wie ist ihr Name? Staff Sergeant Josh Forbes! Dienst Nummer 658! Sie sind kein Kriegsgefangener! Was mich betrifft, noch nicht mal Soldat! Sie können nicht! Ich kann machen, was ich will! Also! Das Arschloch im Radio! Von wo sendet dieser Mann? Vergesst es! Der wird beschützt! Den kriegt er nie! Unser Problem! Nicht ihres! Von da! Oben im Trans-Emirates-Building! Lugo! Wenn wir es da hinschaffen, kannst du den Sender bedienen? Eine Massenevakuierung? Sofort! Wird nichts zu evakuieren geben! Wie bitte? Denken Sie nach, Captain! Wir sind hier in der Wüste! Was glauben Sie, wie lange die Leute ohne Wasser überleben? Mein Gott! Der Colonel wollte einzig und allein Menschenleben retten! Denkt immer da! Machen wir, wenn er uns mal wieder killen will! Dabei geht die Zeit aus, Gentlemen! Los geht's! Ich habe das Gefühl, irgendwie läuft jetzt das Ganze richtig aus dem Ruder. Wer kümmert sich um den DJ? Was meinst du damit? Der hat keinen Nachfolger! Wir klauen ihm sein Mikro! Drei wie wir gegen den Fettarsch mit dem iPod! Das macht mir keine Angst! Man muss mit allem rechnen, Adams! Anpassen und gewinnen, Mann! Hey! Alles, was nötig ist! Wohin jetzt, Logo? Nach Norden! Über die Dächer! Dürfte der direkte Weg sein! Klingt gut! Ja, und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal! Tschüss! Ich glaube nicht, dass der uns sucht! Ja, wer wohl was Neues? Wo will der hin? Zum Funkturm höchstwahrscheinlich! Verstärkung! Toll! Das hat uns noch gefehlt! Hey! Sei doch dankbar, so bleibst du in der Übung! So, jetzt bis zum nächsten Mal!